War der gerade schon da? Kann ich jetzt First-Person-Kampf machen? War der... Ein leerer Kinderwagen, ein kleines Kissen ist da drin. Ja, dann nimm das Kissen nochmal weg. Hier liegen Teller, mach das Kissen mal weg. Ja, das ist Small Pillow inside, das bringt ja nix. Ok, mit dem Kissen können wir nix machen. Müssen wir... also muss ich jetzt erstmal alles... Ich dachte gerade, da steht wieder jemand. Alter, diese komischen Dinger. Ähm, muss ich alles zusammensetzen, damit wir angeln können? Wenn wir ein Angelbuch finden und ein Ohr am Angelhaken und hier sind lauter Stege und da ist ein Fischeimer. Es läuft doch darauf hinaus, dass wir irgendwie versuchen müssen zu angeln, oder? Die Tür öffnet sich. Na, so ein Glück. Keine Ladezeiten diesmal. Ein alter Mantel. Äh, in den Taschen findest du nichts. Schöner Leuchtturm. Ich... Wer ist? Äh, ok. Ein aufgeblasener 16mm Videoframe. Was? It's off the forest near the hotel. There's a dark figure staring at the camera. Erkennt ihr aber alle auch, ne? Diese dunkle Figur, die in die Kamera startet, die erkennt ihr auch alle, ne? Passiert im Game auch endlich mal was. Was willst du denn? Ok. Weapons. Ok, die Angel ist wirklich ne Waffe. Tacklebox is empty. Die Angel ist halt ne Waffe... Oh, ich freu mich immer, wenn die High-Quality-Videos kommen. Die High-Quality-Rendered-Videos. Was? Was war denn das gerade für... Die Animation von dem Ding? Einfach ein Traum. Holy Shit! Holy... Das ist einfach... Das ist aber wirklich von einer anderen Welt. Muss man einfach sagen. So, Bulb. So. Oh, wir brauchen Schlüssel. Eins, zwei... Wir brauchen drei Schlüssel alleine dafür. Ok, ich... Wünsch dir, ich würd mich freuen. Was ist das da drin überhaupt? Soll das die Lampe sein? Ist ja aus dem Ei. Okay. Äh, Display is for a key. Natürlich. So. So. Ok, wir haben ne Angel. Aber wie kann ich die ausrüsten? Offenbar nicht mit Zahlen-Tasten. Ähm... Wie kann ich die Angel ausrüsten? Invent... Oh nein, bitte nicht so. Nein. Oh. Empty, 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 Empty. Empty, 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 Empty. Empty, 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 Empty. Das... Das... Das ist einfach so schön. Oha, mega viel Platz. Ja, Wahnsinn einfach. Wahnsinn. Das ist einfach so gut. Alles ist so gut. Oh. Aber wie... Wie kann ich denn jetzt die... Wie kann ich die Angel denn aktivieren? Nein. Oh Gott. I bringt das Inventar. Ok, cool. P macht Pause. Oh, warte. P Weapons. Fishing rod equipped. Ok, pass auf. Jetzt... Ich würde sagen einmal... Huch. Ich würde sagen einmal hier. Ich würde sagen jetzt mal hier. Ich würde sagen einmal hier. Oh Gott. Ich würde sagen mal hier. Ich hab gedacht, wir ziehen da vielleicht was raus, weil das war der Steg, wo das Viech runtergeplumpst ist. Weißt du, was ich meine? Und da ist ne Blutspur. Ich weiß, wir sollen wahrscheinlich da, wo der Fischereimer ist und so. Hat die Angel einen Haken? Ja, vielleicht können wir den Haken jetzt mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was die Angel hat. Hast du nen Köder? Ich weiß doch nicht, da lag einfach nur ne Angel. Woher soll ich das wissen? Leute, ich weiß es genauso wie ihr. Ich wollte den Köder hier mitnehmen. Hier war ein schönes, leckeres Ohr als Köder. Hier. Ja? Ich wollte die Maden mitnehmen als Köder. Geht alles nicht. Fishing Lure. Aber ich kann's nicht mitnehmen. Ah ja, das Geräusch. Das Ohr. Ja. Aber ich kann das Ohr nicht mitnehmen, Leute. Und hier ist noch so ne Köderbox, aber die braucht auch nen Schlüssel. It's locked tight. Oh, mit dem Rusted Paper Clip. Oh. Und wir haben nen Schlüssel Bulb 3. Bulb 3 haben wir jetzt, aber wir haben keinen Köder. Oh, warte. Wir warten, dass irgendwas beißt. Nach einigen Momenten ohne Aktivität spüren wir, wie irgendwas an der Leine zieht. Und ähm, es ist härter reinzuziehen, als man denkt. Aber als wir die Leine aus dem Wasser ziehen, da ist nichts am Haken. Wir haben auch mal nen Haken. Wie, wie? Das war alles. Äh, das ist alles. Diese wichtige Information ist alles. So, hier waren die ganzen Füsche. Ja. Und wir haben den zweiten Schlüssel. Cool. Der, den haben wir aus dem Wasser gezogen. Wir sind echt sehr gute Angler. Wir sind sehr, sehr gute Angler. Ich möchte es nur mal festhalten, ja? Äh, die Leiche ist übrigens weg. Die, die Leiche ist weg und niemanden wundert's. Hm. Oh, das ist uns einfach allen egal. Ich glaube, wir haben alle mit dem Leben abgeschlossen hier in diesem Game. Ich probier's hier trotzdem nochmal, ja? Aha! Ähm. Eine Videokamera. Die seit Jahren da unten im Wasser liegt, wahrscheinlich. Aber noch voll funktionsfähig. Und der Akku ist auch noch voll. Wir brauchen nur nen Tape. Ist einfach ne Videokamera, die wir gerade da geangelt haben. An diesem Fluss möchte ich auch angeln. So, auch der Leiche ist es langweilig geworden. Ich wette, die hätte mehr Spaß als wir. So, so, warte. Okay, mal gucken. Hier war noch ein Steg, war hier noch, ne? Oh ja, der Steg mit hier. Von Anni, der Steg. Anni Popani, was schwimmt da im See? Ja, aber nicht so viel. Schade. Los, noch nen Fernseher. Okay, wir haben zwei, zwei Schlüssel haben wir. Und der dritte? Ich mein, wir haben jetzt die Kamera gefunden. Aber sonst? Ohne den dritten Schlüssel wird halt doof, ne? Soll ich hier nochmal probieren? Ich probier nochmal hier. Das ist ja überraschend. So. Vielleicht findest du noch PS5 im Wasser. Würde mich nicht mal wundern. Alles ist hier möglich. So. Ist das ein Horrorgame? Wenn ja, muss ich Augen zumachen. Keine Sorge, du siehst eh nichts. Und wenn hier ne Gruselsequenz kommt, erkennt man nix. Also ist egal. Oh, Junge, Alter. War jetzt schon alles sehr schön. Wieso kann man die Waffen eigentlich nicht mit 1, 2, 3 und so mit den Keys ganz normal auswählen? Oh ja, warte mal, hier noch, ne? Oh. Oh. Was sind das für Dinger hier? Also, ne Blutspur führt vom Koffer zum Wasser. Aber... Wenn wir hier angeln, ist da nichts. Oder hier? Oder kommen wir hier rein? Oh, wir brauchen eine Schlüssel. Das ist ja mal was ganz Neues. Cool. Alter, das ist Angelgeräusch, ne? Vielleicht angelst du ja ein besseres Spiel oder eine Rückerstattung. Hä, was habt ihr denn? Was ist denn mit euch? Warum seid ihr denn jetzt so? Kann ich in der Kotze angeln? Das ist aber merkwürdig. Wieso kann man nicht in der Kotze angeln? Ih! Das ist ne Kreatur? Das sieht ehrlich gesagt nicht aus wie eine Kreatur. Das sieht bestenfalls aus wie... Drei, vier Kuriks, würde ich sagen. Hat sich die Kreatur gerade bewegt? Hoffentlich war es nur deine Einbildung. Das ist doch kein... Das ist doch... Hier ist ein Döschen, aber sonst... Der gleiche Rotz wie immer. Kann man hier noch reingucken? Ne. Hier ist noch ein komisches Ding, das macht aber nichts. Ich weiß halt... Was... Was können wir jetzt noch groß machen? So, aber vielleicht beim... Beim, äh... Leuchtturm versuchen zu angeln? Ich hätte gedacht, dass hier was ist, weil wegen dem Koffer, ne? Aber dieses Geräusch geht mir aber langsam ein bisschen auf den Pist, muss ich sagen. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen... Geräusch. Ist die Angeln schon lang genug, um sich zu hängen? Hä? Und da sind wir auch noch nicht reingekommen. War hier noch irgendwas? Können wir das Kind... Ah, da war ja keins drin. Small Pillow. Dose, Teller... Offenbar sehr beliebt hier. Welches Geräusch... Plotfest, der dritte Schlüssel fehlt in der Demo. Was ist denn mit der Kamera, die wir jetzt gefunden haben? Können wir damit nicht irgendwas machen? Kann ich jemanden anrufen? Ah, ja, funktioniert nicht mehr. Hm, schade. Überraschend. Nee, ich will ja gar nicht angeln. Hier wird doch auch noch Fisch drin, ne? Aber ich mein... Da brauch ich ja gar nicht angeln. Aber wenn hier Fisch im Mülleimer ist, kann ich hier nicht angeln? Ich entschuldige mich für das Geräusch. Nein, wir sind alle fröhlich. Ich hätte vielleicht mehr Zeit zwischen den beiden Games lassen sollen. Zwischen Konklusion 1 und 2. Hätte ich mir vielleicht mehr Zeit lassen sollen. Aber... Okay, weißt du was? Bulb 1. Ach, die haben wir noch nicht. Okay. Bulb 2. Oh ja. Powered up, Leute. Powered up. Powered up. Zehn Jahre zum Beispiel. Hä? Die war empty, ne? So. Ich meine, meine Frage ist ernsthaft... Wir haben alle stehen... Aber jetzt können wir noch die Story... Entschuldige, Entschuldige. Ich weiß nicht warum ich lache. Ich bin aber ein fröhlicher Typ. Ich... Noch. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Abends hier noch ändern. Ich... Ne? Also mal gucken. Aua. Hat meine Brille gegen das Mikro gehauen. Also wir haben jetzt eigentlich alles abgesucht, ne? So, gute Nacht allen, die schlafen gehen. Ich komm gleich mit. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Wir brauchen halt diesen einen verkackten Schlüssel noch und wir haben eigentlich alles gemacht, was wir machen. Hier ist noch die Uhr, die kaputt ist, die wir nicht mitnehmen können aus irgendeinem Grund. Broken Watch. Hm. Können wir uns die Kamera ansehen? Das ist das Inventar im Spiel. Wir finden Sachen, die wir vielleicht irgendwo benutzen können. Ansehen können wir sie nicht. Irgendwas damit machen können wir nicht. Es muss irgendwann sich im Spiel zufällig ergeben, dass wir die Sachen dabei haben. Äh, das... ja. Kann ich nicht wieder... Kann ich wieder ins erste Spiel fahren? Ah, ja. Leid... Vielleicht später, wenn... ja... wenn... ja... Abbe und Flut sich tauschen. Ja, mal gucken. Warte mal, was ist denn da... was ist denn da? Da liegt doch was auf der Bank. Wieso komm ich da nicht hin? Köööööööö was? Comrade Dandy Tackelbox mit verrosteter Büroklammer Sag mal Fluffycat, ich freue mich, dass du die Lösung liest Ja, es ist sehr gut Also GG Aber, was du vielleicht noch nicht bemerkt hast Wir haben die schon geöffnet Da war schon ein Schlüssel drin Aber ehrlich gesagt, ich bin ja nicht böse, dass du in die Lösung guckst, weil Alles, was uns hier früher rausbringt Eine Kolonie von Bedbug-like-Creatures It's completely infested, okay Man kann natürlich nicht ins Nein, man kann nicht ins Wasser springen, also bitte Wir können auch keine Maden als Ding Kann ich hier noch was mitnehmen? Nee, die sind auch alle weg Oh, okay Und das Ohr macht immer nur einen Geräusch-Effekt Das Angelbuch Ist halt noch besser als der erste Teil, ne? Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich meine, das kann ja mal passieren Aber hier ist halt nichts, ne? Hier ist halt gar nichts Wir kriegen vielleicht nochmal irgendwann einen Schlüssel, aber Mit dem zweiten Durchschirm New Game Plus Habe ich die Angel von Anfang an Kämenköder als Wippen ausstatten, wenn das geht Die Idee war gut Das wäre auch zu nice gewesen, glaube ich An der Kotze haben wir schon geangelt Das Maden nicht als Köder nehmen kannst, liegt vielleicht daran, dass es gegen das Tierschutz gesetzt ist Ist das so? Aber werden Maden nicht Oder Mehlwürmer zum Beispiel oft als Angeldingens genutzt? Das wäre mir jetzt ganz neu So, was ist denn hier? Hier war nix, ne? Ich habe kein Steg übersprungen, nein So, hier Am Steg beim Tagebuch angeln Haben wir schon gemacht Aber, Alter, das kann doch nicht alles sein Ich will diese Scheiße los, ich will diese Angel loswerden Dieses Geräusch ist so nervig Und hier rumzulaufen ist so nervig Wie soll ich das gemacht? So, warte, warte Hier war sonst auch nix, ne? Nur das Tagebuch Als ob das jetzt funktioniert Wir haben das schon gemacht Oh Gott Es ist konkluse all over again Wir haben das vorhin schon gemacht Drei Mal an dem Steg, in alle drei Richtungen Es ist konkluse all over again Diese unlogische Kacke So, rein in die Mutti, hier, komm Bulb Oh Was? Die Schlüssel beißen nur zu bestimmten Zeiten Also Ja, du versuchst dein Bewusstsein zu behalten Dein Körper fühlt sich schwer an Was zum Teufel ist gerade passiert? Äh, ich glaub wir sind in Silent Hill gelandet, ne? Ich glaub wir sind in Silent Hill gelandet Äh, die Boxen sind ausgebrannt Was? Aber es gibt einen Platz für einen Schlüssel Könnte immer noch gebrauchbar sein Was? Es gibt natürlich einen Platz für einen Schlüssel Es gibt immer einen Platz für einen Schlüssel Es gibt Platz für einen Schlüssel Wir haben gerade den Schlüssel reingesteckt Es ist Silent Hill Eine Schaltplatte Sieht aus wie eine Lakritzschnecke Ist aber eine Schaltplatte Oh nein, bitte kein Bitte kein First-Person-Fight Äh, achso Labcode Der Mantel ist jetzt irgendwie schleimig und infiziert Wieso weißt du nur, dass der infiziert ist? Das ist so Silent Hill, ne? Das ist so Hä? Hier geht's auf einmal weiter Ah Bulb 1 haben wir schon gefunden Die Maschinen 1 bis 6 sind kaputt Man braucht eine spezialisierte Wrench Toxic Fumes are increasing in intensity Machinery is straining Okay, wir müssen natürlich Maschine 1 bis 6 separieren Mh Mh Ja, die Maschinen möchte ich gerne reparieren Was liefern die? Frühstück? Was war das gerade? Irgendwelche Sachen passieren da gerade? Da fährt irgendwas hoch und runter Mh Mh Eine große industrielle Maschine, man weiß nicht genau was die macht Scheint aber schon aktiviert zu sein Öh Und die hier? Man weiß nicht Nichts passiert Okay, cool Cool, 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 cool Zwei Maschinen funktionieren und die holen glaube ich Suppe da unten raus, ne? Aus diesem Fluss Okay, ich schau mich mal hier weiter um Ein Stuhl Gruselig Sanctuary of the Godhead Was? His divine grace was gifted from the deep discovered while we were enriching ourselves through the heavenly substance Was? A substance that has chaperoned our communion with a dark assembly Ich kann das nicht übersetzen The Godhead remains chained in the sanctuary Only true believers may look upon its visage Okay, wir müssen zum Gotteskopf Wir müssen zum Gottkopf In der Kirche Oder Im Im safe haven Oder was auch immer Weiß nicht genau Leichen Okay, zwei Maschinen funktionieren nicht Was ist mit diesen Leichen hier? Warum liegen hier so viele Leichen? Nothing happens Okay, cool Ich geh mal über die Leichen Weil wir es können Sieben Okay, wir kommen nicht zum Hotel Ein Stück Des Weges Wurde zurückgezogen Kann ich die Bretter aufnehmen? Nee, ne? Gronkh geht über Leichen Okay, ähm Okay, irgendeine toxische Substanz ist im Mülleimer Du hörst ein leises Zischen Ja, das ist sehr cool Ähm Fein, fein Wir sind also auf hier beschränkt Wir haben ein paar Maschinen Und müssen gucken, wie wir zum Laufen kriegen Zwei Maschinen laufen nicht Ein Leitbald-Key haben wir Den Rest kriegen wir vielleicht von den Maschinen Da ist nix drin Da ist nix drin Oh nein, ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Oh nein, please, no Oh Gut, zum Glück nur einmal Okay, das hat funktioniert Aktiviert, okay Ist das sehr schön Ja, guck mal, hier ist ja auch Urlaub A record player There is no record to play on it Wir haben ne Schallplatte Ah, wir haben ne Schallplatte Lass uns Musik hören